An die Wand stehen dort, wo du bist. Da, so wie es vor, wo ich gemacht hatte. Ja, kannst du mal. Kannst auch noch ein Stück weiter runter gehen, aber an die Wand, dass er dich nicht kickt. Dass du nicht zu weit fliegst. Oder eigentlich optimalerweise, dass du gar nicht fliegst, aber... Mal davon abgesehen. Optimal, ich erwähne. Äh... Immun! Er ist nicht spottbar. Okay. Einmal... Das Ding wartet mal einen Moment, wenn man den Tag-Akku kriegt. Hat das Machtwort Schild das alles gehalten, oder was? Ich schätze, dass er ausgewichen hat. Ja, ich glaube... Dispel, Dispel. Dispel. Laufen. Oh, jetzt habe ich gerade Lear-Casting. Ich glaube, Markus hat seine Shadow Nova resistiert. So... Läufst du. Für was bewegst du dich? Weil ich... Zumindest ein bisschen was sehen will, anstatt nur einen Schwanz von dem fucking Trainer. Das ist hinten eingeschlagen. Hinten rein. Das ist weg. Wieder gleich wie letztes Mal. Ist das RNG Manipulation? Wenn das der Fall wäre, müssen wir gucken, was... äh... was wir ändern müssen. Das ist hinten... Das ist hinten. Ich muss mal wieder Rüben kaufen gehen. Ich muss mal wieder Rüben kaufen gehen. Das schlägt irgendwo in Nachricht. Nee, ganz... Der hat rechts wieder abgedreht, gleich wie vorhin. Komplett gleich. Das ist ja zu... Okay, ich habe auf den Inferno ge... Ich habe auf den Inferno geclogt, meinst du... Ich bleibe mit, oder? Jetzt, wenn du aufstehst, dann jetzt. Nee, ich kann nicht. Okay. Muss ich bleiben... Kann ich bleiben, wo ich bin im Moment? Wir sagen dir Bescheid. Sag mir dann auch, welche Richtung ich gehen muss. Ausgehen von meiner Blickwinkel, weil... Ich sage dir immer von dir ausgehen. Immer deine... Deine Richtung. Wenn ich was ansage. Okay. Okay. Dich dispel nicht vergessen. Ja, mein Fehler. Du resistest den Schaden von der Schatten, aber... Inferno kommt... ...und... ...schlägt bei dir einen. Du weißt nach links aus. Nach links, nach links. Ah, nee. Bleib schon. Kannst stehen bleiben. Stehen bleiben. Das geht sicherlich. Die Inferno kann ich jetzt ansagen. Okay. Soll ich dann ein bisschen weiter nach links oder rechts ziehen? Bleib stehen. Ja. Weil ihr meine ich. Damit ihr nicht in der Reichweite steht. Von der Art Nova. Ja, ich stehe schon auf meinen 40 Yards. Ich dodge die Nova die ganze Zeit. Ja, du absorbst die gerade. Die letzten drei, vier Kaste oder so waren das. Ja, ich habe die bisher nicht ein einziges Mal abgekriegt. Das ist richtig gut. Kann sein, dass ich überkirrt bin. Nein. Okay, der kommt... ...hinten Richtung Thürich gerade noch. Nene, der zieht noch ab. Okay, der geht runter. Der geht zum anderen Inferno vorne rein. Das ist egal. Das ist egal. Das ist egal. Stacken die gerade? Ja. Ja, aber die andere Seite. Das ist gerade egal. Oh, die hat jetzt getroffen. Oh, oh, oh. Shit, shit, shit. Da hast du den gezogen. Da war der Tankbuster. Ich habe nicht viel davon mitgekriegt, wenn ich ehrlich sein soll. Wenn ich Epileptiker wäre, hätte ich jetzt schon einen Anfall, aber... ...und der Schock hat es erwischt. Der fliegt gerade Richtung hinten. Nein, ich sag's gleich. Ich glaube, der geht nach vorne. Der fliegt hinter uns. Ja, der kommt... ...neben den anderen Inferno vorne irgendwo rein. Okay, er landet hinten Richtung Ende von der Map. Ja, das geht noch. Ist ein bisschen scheiße. Wie viel Prozent hat der Boss? 35. 34. Vielleicht kommt die nächste Phase. Wow. Jetzt müsst ihr über 30 sein, ne? Ja. Kampfrauschkau. Und jetzt zieh. Oh ja, Worganproxen hier jetzt richtig gut im Moment. Uh. Äh. Ja, er macht keinen Debuff mehr, aber... Das war irgendwie ein Bullshit gerade eben. Ich stand auf safe 40% drauf. Okay, der geht nach hinten, der ist egal. Perfekt. Der landet wirklich ganz hinten. Okay. Ich hab nen Dot. Mich bitte dispeln. Der nächste kommt, der geht nach... Hinten, der geht woanders hin, ist egal. Okay, der kommt jetzt erstmal gerade nach hinten. Ich sag's gleich. Okay, der geht nach vorne, aber auf die rechte Seite. Okay. Ich krieg grad richtig viel Pushback von den Äxten. Okay. Der könnte zu euch kommen, eventuell. Finisht ihn. Ja. Ja, der kommt zu euch. Ja, der kommt zu euch. Ja, das ist egal. Nee, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Bisschen nach links auswirken, nach links, nach links, nach links auswirken. Okay. Nice. Aufkratzen. 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 Aufkratzen.